Produziert mit exklusiven Unterstützung von Illumina. Dieses Buch ist das Ergebnis der Sequenzierung des menschlichen Genoms. Ein großer Erfolg im Jahr 2000, aber dennoch bloß eine langweilige Sammlung der Buchstaben A, T, C und G, und zwar eine sehr, sehr lange. Mit dem Projekt ENCODE wollen wir den Buchstaben Leben einhauchen, denn schließlich bedeuten sie ja etwas. ENCODE soll uns ermöglichen, diese Buchstaben zu verstehen. Das Ziel von ENCODE ist, alle funktionellen Elemente im menschlichen Genom zu charakterisieren. Diese funktionellen Elemente sind recht allgemein definiert. Es sind etwa die Gene, die für Proteine kodieren, aber auch die Transkripte, also all die RNA-Moleküle, die das Genom hervorbringt. Ganz besonders wichtig sind dabei die regulatorischen Eigenschaften des Genoms. Manche Elemente schalten Gene an oder aus, andere verpacken DNA-Stücke in bestimmter Weise. Und vermutlich gibt es Teile, von deren Funktionen wir gar nichts wissen, dabei könnten das wichtige Aufgaben sein. ENCODE läuft nun schon seit fünf Jahren. Hunderte Forscher sind beteiligt, 400 allein bei der wichtigsten Veröffentlichung, bei den anderen noch viel mehr. Und es entstanden hunderte Terabyte Rohdaten. Diese Datenmenge ist nicht nur atemberaubend groß, sondern vor allem auch ungeheuer detailreich. Um ein Lebewesen zu erschaffen, das so komplex ist wie wir, braucht man sehr viele verschiedene Arten von Zellen. Und jede Zellart nutzt andere Bereiche des Genoms. Ziemlich rätselhaft ist dabei, was genau diese Abschnitte ein- und ausschaltet. Und mit ENCODE gelingt es für hunderte verschiedene Zelltypen zu verstehen, warum eine Leberzelle ganz anders funktioniert als eine Nierenzelle. Das ermöglicht erste Schritte, ein komplexes Wesen wie den Menschen zu verstehen. Ein verblüffendes erstes Ergebnis von ENCODE ist, dass tatsächlich Funktion in 80 Prozent unseres Genoms steckt. Das ist so verblüffend, weil wir vor gar nicht allzu langer Zeit dachten, dass der Großteil des Genoms einfach Müll wäre. Schließlich kodieren nur drei Prozent davon für Proteine. Es ist sehr schwer, sich klarzumachen, welche Informationsdichte in der DNA steckt. Früher ging man davon aus, dass alles im Genom seinen Platz hat. Die Gene etwa, die in einer bestimmten Position sitzen und nach strenger Choreografie ihre Arbeit verrichten. Tatsächlich deuten die Daten aber auf etwas ganz anderes hin. Es ist eher wie in einem Dschungel. Es gibt alle möglichen Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie verstanden hätten, die aber in Wirklichkeit viel komplexer sind. Und dann gibt es Stellen, wo wir dachten, dass nichts passiert. Dort brodelt es regelrecht vor Aktivität. Und wir wissen immer noch nicht genau, warum. Aber wir sehen alles nun sehr viel differenzierter. Dank der Humangenetik wissen wir viel über die Genabschnitte, die mit Krankheiten verbunden sind. Frustrierend war, dass die meisten dieser Gebiete in Abschnitten liegen, die gar nicht kodieren. Über diese Teile des Genoms wussten wir bis jetzt sehr wenig. Und genau darum geht es beim ENCODE-Projekt. Von den ENCODE-Daten ausgehend können wir jetzt sehr viel zielgerichteter Fragen stellen. Warum haben diese oder jene Gene etwas mit der Leber zu tun? Was schaltet sie an oder aus? Insbesondere bei Krankheiten weiß man vielleicht noch gar nicht, welche Arten von Zellen beteiligt sind. Dank ENCODE könnten wir vielleicht in Zukunft all diejenigen Zellen aufspüren, die mit einer bestimmten Krankheit in Zusammenhang stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.